Ich habe gemacht, dass Politik, die das Land Thailand betreffend, nicht von deutschem Boden auszugehen hat. Ansonsten gibt es dort, glaube ich, viele skurrile Berichte über das, was da stattfindet. Aber es entspricht nicht der Auffassung der deutschen Bundesregierung, dass das und das ist anders als das, was für ihn... das, was für einen anderen Einstieg, schenken die Thijsägeist, Der ist die Verlust von Klan. Der hat einen Verlust von Klan. Der hat eine Verlust von Klan, mit dem Verlust vom Landen aus dem den Landen. Die Welt war ein Verlust von Klan. Ich bin dein Wanker. Ich bin deinem Wanker. Ich bin deinem Wanker. Ich bin deinem Wanker. Das ist die Frage, die Facebook und YouTube zu verabschieden. Das ist die Frage, das ist die Frage, die ich gefragt habe. Das Sphan hat gesagt, hat die Sphan zu sehen, dass die »Kr.« Das Sphan von Deutschland im Rahmen hat sich für die »Kr.« den »Kr.« 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 Das ist eine Verkaufnahme von 7.2563. Los geht's. Das ist eine Verkaufnahme. Das ist eine Verkaufnahme. die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Thailand ausgesetzt oder eingefroren wegen des Verhaltens der Junta nach der Ankündigung von Wahlen wurde, um auch diesen Prozess der Rückkehr zur Demokratie zu fördern, die Verhandlungen wieder aufgenommen. Sind Sie bereit, sich jetzt in dieser Situation im Europäischen Rat dafür einzusetzen, dass diese Verhandlungen wieder eingefroren werden, solange die Junta den Weg zur Demokratie in Thailand weiter blockiert? Ich halte das tatsächlich für eine Option, die wir uns innerhalb der Europäischen Union offen halten. Ich halte es aber für richtig, darüber auch noch einmal einen Dialog mit der thailändischen Seite zu führen. Wir haben auch die Möglichkeit, weil es auch ein großes thailändisches Interesse an einem entsprechenden Abkommen gibt, wie ich finde, das als Druckmittel einzusetzen. Aber ich würde nicht ausschließen wollen, dass, wenn es bei dem Verhalten, das wir dort zurzeit zur Kenntnis nehmen müssen, bleibt, dass wir auch einen solchen Schritt gehen können. Ich hätte eine Nachfrage noch. Der thailändische König hält sich ja oft und lange in Deutschland auf. Er besitzt hier eine Villa. Das ist ja auch in Ordnung so. Aber er macht auch von Deutschland aus direkt Politik. Unter anderem hat er öffentlich seiner Schwester verboten, als Spitzenkandidatin für die größte Oppositionspartei anzutreten. Warum toleriert die Bundesregierung seit Monaten dieses äußerst ungewöhnliche und meines Erachtens auch rechtswidrige Verhalten eines außerirdischen Staatsoberhauptes, von deutschem Boden aus Politik zu machen? Wir haben deutlich gemacht, dass Politik, die das Land Thailand betreffe, nicht von deutschem Boden aus zu gehen hat. Ansonsten gibt es dort, glaube ich, viele skurrile Berichte über das, was da stattfindet. Aber es entspricht nicht der Auffassung der deutschen Bundesregierung, dass, und das ist anders als das, was wir eben bei Herrn Nawalny hatten, wenn es Gäste in unserem Land gibt, die von unserem Land aus ihre Staatsgeschäfte betreiben, die würden wir immer deutlich entgegenwirken wollen. So, Ich habe die Geist, die sich in den Geist und die Geist ist, der Geist, die Geist, die Geist, der Geist in den Thais, um die Geist, die sich in den Thai-Klinik aus dem Geist. Wenn sie sich so nicht auswachen, dann bin ich ein bisschen... Ich bin die in den einen Clip, ich habe das sehen, was sie zu sehen, die sie zu sehen, ist das praktisch, was sie von Tz. Die Geist ist, was sie während des Geist, die Zeit nicht die Geist, was es ist, Gleiche zum Beispiel, was die Frage? Ich frage mich, was die Frage, was ich? Das ist ein Beispiel, das Land der Wettbewerbte? Das Land der Wettbewerbte? Das Land der Wettbewerbte, die die in diesem Fall haben sie auch was da ist. Aber der Wettbewerbte ist das Thema, Das ist ein Thema, dass die Thai die Dinge, die sich zu einem anderen bergenden Kniegeln, die in den Gurt. Das ist ein Mensch! Die andere, die Menschen sind die in ihrer Art. 12. Die Kniegeln, die Kniegeln, die Kniegeln, die das fazer. Pro all die Zeit. Wer im Leben ist, ist das Verkaufsgebiet zu sagen. Das Verkaufsgebiet zu verabschieden, ist das Verkaufsgebiet. Das Verkaufsgebiet zu verabschieden. Das Verkaufsgebiet zu verabschieden ist. Er ist in der Verkaufsgebiet. Die Verkaufs sind in der Verkaufs-Volge-19-Volge-19-Volge. Das ist nicht möglich, wie in Thailand. Sie sind nicht nur, dass sich selbst nicht erneut. Der Verkaufs-Volge-Volge-Volge ist, dass sich die Verkaufs-Volge-Volge-Volge-Volge-Volge-Volge-Volge-Volge-Volge, und so weiter, so wirst du es jetzt nicht hinter ihm so lange in der Frage und so antwort, fahrt und so weiter! Und dann kierto und so weiter. Doch er wird noch so weiter, und dann haben sie die Augehrt und so weiter zu dem F�ohrn, ist das nicht zu einer Pflut voniselm street und ein Teil davon, das ist wirklich gefährlich. Da ist die Leute, die Leute sagen zu dir ja was. Ich habe das Gefühl, dass ich den verletzten, ich habe das Video über die 7.00 Uhr vor dem 7.00 Uhr aber ich habe das Video über das Video und ich habe das Video über die 3.00 Uhr Ich habe das Video über die die Verlust-Lasadon um die die Verlust-Lasadon Und dann kommt es zum Schluss. Es ist so ein Zeichen. Aber dann... ... 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 Keirma das die unter den Wiedern Verstehen in der Wiedern Hier haben die 14 Stulat 6 Stulat das Die Keirma durch die Gehörg 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 Eben zwei Für die die Verbrauch Weil Die Verbrauch ... Das ist das絕ятиste ... Das ist das, wenn Sie die Verbrauchung ... sind die Verbrauchung ... was der Verbrauchung ... Vonem ... Was für eine Befehlung vom Hallen ... Was es ist ... Für eine Verbrauchung ... ein Verbrauchung ... Deshalb ... Eine Art von der Hölle von dem Gratwischen keine Welt, die im Kniegste im Kniegste. Wenn man eine Art vom Kniegste hat, ist das eine Art von Kniegste? Nein. gibt es eine Art von Kniegste. Keinegste. Keinegste. Nein. Das ist ja was nicht. Das ist das, dass es der Fall in Kniegste. Aber ich glaube, es ist ein Clip. Ich habe mir gesagt, die Leute, immer. Er hat das Beraum zu vermittelt, dass es der Wahl, sich in die Federn von Experten zu vermitteln, dass die Verweiger Gael angeht, wenn man weiß, dass es hier war, dass man mit Trichs geffen, Sie sehen sich, sie vorhin zu kommen, es kommt vorhin, wenn Menschen zuvher haben will, dass er die Verweigte Kanteien wird, Ich habe das Gefühl, dass es ihnen wassehrweizung, Dann kam er die andere Arbelkungen im Gleby. Und dann wurde es gesagt, was das Lassaden von Gleby? Ich hab sie gebacken. Das ist eine POSG. Das ist das Lassungen. Ich habe die eran-klar shepherd oder sie, was mir Familie gebaut. Ich habe weil die Rysen-Gz. Sie sagte, dass er die Historier-K chị war, Und dann gibt es 4 Prozesse. 1. Demokrasy oder Prachatipatai Mie Prachanathipadie 2. Prachatipatai 3. Prachatipatai 3. Prachatipatai 4. Prachatipatai 4. Kommunist Mie Thad Prachatipatai 5. Prachatipatai 6. Prachatipatai 6. Prachatipatai 5. 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 Prachatipatai oder mit einem Genugger der Erster Gebrauch. 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 Ich weiß, dass es nicht mehr so ist. Das ist nicht mehr so ist, aber die Verlangen sind in der Zeit, die sich nicht vor allem ist. Es gibt eine Art, die sich nicht vor. Wenn du in der Zeit nicht war, zu einem anderen Zweck, Er hat sich so ein paar Kulturen zu bekommen. Er hat sich so ein paar Hüge. Sonst der Fall ist es, was er sagt? Er sagt, dass es kein Wiener Kult. Für den Sprach ist es eine Sprach-Kolfe? Es geht um ein paar Sprach-Kolfe und die Wiener Kult. Er hat sich über die Wiener Kult. Er heißt, es ist, was er sagt, dass man Wiener Kult, weil die Wiener Kult um die Wiener Kult. die er hat, dass er das Geld für ihn erzeugt. Weil es ist für uns. Und dann ist es mit ihm. Und dann hat er sich mit ihm. Wien-Nam ist das Kammeng. Das ist das Kammeng. Das ist die Kammeng. Ich glaube, dass die Kammengen die Kammengen zu sein. Das ist das Kammengen zu sein. Das ist das Kammengen. Das ist das Kammengen. Das ist das Kammengen. sich um die Flügel zu erzeugen ist. Genau, deshalb haben wir dort ein paar Flügel zu verfolgen. Ich habe den Menschen mit einem Beliebungen in der Flügel zu verfolgen. Und wenn man jetzt mehr Leute sagt, dass sie sich den Menschen mit der Flügel zu verfolgen. Ich habe die Flügel zu verfolgen. Das ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist für Menschen, wenn man es durchflicht, wie es ist? und und Emocracy. Bezug auf die Zeit nicht auf die Rechnung. Geh ihm auf die Haut aus. Geh ihm zu sagen. Es tut ihm wirklich. Ja. Geh ihm zu sein. Geh ihm zu sein. Geh ihm zu sein. Warum ist er nicht? Ich bin in der Welt. Geh ihm zu sein. Es gibt es ja. Ich bin ein Gehen. das ihr das machen was am das ist der die kann Weil nicht so machen! Er macht was etwas mit dem Reichert? Was ist das mit dem Reichert? Deshalb kann man das mit dem Reichert und werfe von dem Reichert und der Reichert selbst und der Kroben von dem Reichert werden mit dem Reichert Er macht was nicht gemacht Er wird wie ein Geist? Er wird zu kommen wie ein Geist, wie ein Geist, wie ein Geist, dass die ganzen Gründe und die ganzen Gründe und die Gründe wird dann die von 14 lachen 2,5603 werden gegründet wir gegründet die und die die lehugen und die die das das was zum Ich sage dir, dass es so gut ist und so gut ist. Ich sage dir, dass es so gut ist. Vielen Dank. Ich bin ein paar Jahre lang, seit ich bin ein paar Jahre alt. Das ist die Zeit für die Verzweig der Verzweig. Ich bin ein paar Jahre lang, um die Zeit zu verabschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn ich mich nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr schlussend bin, muss ich mich nicht mehr schlussend sein. Wenn ich mich nicht mehr schlussend bin, Ich will nur die der Bezüttel, die die der Auslösung der Gehirn. Er hat einen Gehirn. Ich will nur die Gehirn, der der Gehirn, um die Verlösung. Ich will nur die Gehirn, um die Verlösung für die Gehirn. Ich will nur die Verlösung, der der Gehirn. Ich bin ein Schmuck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020